Ein weiteres Highlight in unserem EvoLight-Blog stellt unser neuer Palettierer dar, der Modulpal 1 AD. Diese Maschine ist entwickelt worden für einen absoluten Hochleistungsbereich für bis zu 600 Lagen. Wir demonstrieren das hier auch auf der Messe in einem Simulationslauf. 600 Lagen, heute ist Stand der Technik mit einem Gebindezulauf auf hoher Ebene, also auf Plattformen, auf Bühnen. Hier zum ersten Mal zeigen wir diese 600 Lagen auch mit einem unteren Gebindezulauf. Das heißt, der Vorteil für unsere Kunden ist, es sind keine Bühnen notwendig, es sind keine Transporteure notwendig, die die Gebinde nach oben bewegen. Und auch die Zugänglichkeit für die Bediener im Störungsfall ist wesentlich günstiger, wenn das Ganze auf Bodenebene aufgestellt ist. Ein typischer Anwendungsfall für diese Palettierer wäre beispielsweise eine 120.000er Dosenlinie. Mit diesem Palettierer und der Leistung von 600 Lagen können wir mit 20% Überleistung hier 144.000 Dosen pro Stunde palettieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.